Hi, ich bin Dorni und heute machen wir ein 10 Arten von Schülern Video. Das kann ich natürlich nicht alleine machen, deshalb hilft heute wieder der Jonathan mit. Hallo, ganz großartig, dass du wieder mit dabei bist, Jonathan. Jetzt kommen wir zum ersten Part und zwar der Whipper. Okay, er ist immer im Whipper-Stil angezogen und hat auch den typischen breitbeinigen Garn. Seine Lieblingsworte sind Yo und Digger. So Digger. Und wenn er sagen will, dass es seltsam ist, dann sagt er einfach nur Voll Cringe. Die Schule ist ja voll Cringe, Digger. Yo, also Digger voll Cringe. So Digger. Hä? Okay, das war wirklich sehr seltsam, aber das gibt es wirklich. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar der sportliche Typ. Ganz große Klasse. Ganz sportlich bin ich. Er trägt nur sportliche Klamotten. Yeah, Nike. Auch in seiner Freizeit macht er gerne viel Sport. Ich laufe es ja so gern. Er ist der absolute Gewinner-Typ. Du hast keinen Scholl, 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 Scholl. Ich bin super sportlich. Ha! Ha, ha, ha. Ja! Vor allem im Sportunterricht blüht er auf. Und jetzt der entscheidende Ball. Das Schlimmste für ihn ist, ist zu verlieren. Und typischerweise sind dann alle anderen schuld. Die anderen sind schuld. Mein Team war schlecht. Äh. Alter, tschül dich mal. Okay, das waren jetzt die Sportlichen. Und jetzt kommt der Coole. Er ist unnahbar. Er hat meist die neuesten und teuersten Marken an. Und er achtet sehr darauf, cool rüber zu kommen. Ey, zieht euch warm an. Jetzt wird's cool. Aber das Seltsamste an ihm ist sein Lachen. Jo. Da kann ich nur sagen. Und jetzt vom cool zum hübschen. Wichtig sind ihm seine Haare. Hey, Ladies. Und ein verständnisvoller Blick muss auch sein. Das Wichtigste für ihn ist, zu verstehen, was die Mädchen denken. Ich bin voll der Frauenversteher. Erfolg hat er, wenn ihn viele Mädchen mögen. Ich kann immer nur sagen, ob blond, ob braun. Mich lieben alle Frauen. So. Und was ist mit den Schwarzhaarigen? Und jetzt kommen wir zum Streber. Hallo, ich mach so gern Schule und Hausaufgaben. Er kennt nur Schule und die Hausaufgaben. Das schönste auf der Welt sind Mathe-Hausaufgaben. Manchmal hat er auch andere Hobbys wie Klavier und Geige. Und das kann er dann meistens richtig, richtig gut. Ich liebe Mathe und Zahlen. 600 mal 30. Kein Problem. Natürlich hat er immer nur Einsen. Oh, schön. Ich krieg Noten. Wer hätte gedacht, dass Religionsunterricht solchen Spaß machen kann? Oh, eine Eins. Natürlich. Eine Zwei ist schon schlecht für ihn. Fast nur eine Zwei plus. Oh nein, ich bin so schlecht. Und eine Drei ist nicht zu verkraften. Was? Eine Drei? Mein Leben ist zu Ende. Sport ist für ihn die Hölle. Nicht zu mir passen. Nicht zu mir passen. Oh, was soll ich damit tun? Zu dem gehöre ich schon mal nicht. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingstypen. Und zwar den verpeilten. Er hat keine Ahnung, was gerade abgeht oder was los ist. Ist das hier mal eine Klasse? Alter, kennen wir uns? Was haben wir denn in der ersten Stunde? Meistens hat er keine Hausaufgaben gemacht. Matten, hätten wir da was auf? Für ihn ist die Schule eine verpflichtende Vormittagsveranstaltung. Ich wusste von nichts. Mann. Nachmittags geht es aber ab bei ihm. Da wollte ich doch Hausaufgaben machen. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Sehr sympathisch dieser Typ. Sehr sympathisch. Und jetzt natürlich der Business-Typ. Wow, die Aktiensteine. Alles im grünen Bereich. Er gehört zwar nicht zu den Besten in der Klasse, weiß aber schon seit dem Kindergarten, was er werden will. Und zwar Businessman. Er will Boss sein und Aktien kaufen. Hey, Joran, ich hab dir einen heißen Tipp für dich. Bald kommen die Bilanzen von Royal-Card. Ich sag dir, das geht ab wie eine Rakete. Wer jetzt auf Short-Sets ist Silber schuld. So geht das. Was, 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 was soll ich jetzt kaufen oder verkaufen? Ach, weißt du was? Ich spiele jetzt einfach Playstation 4. Und jetzt, jetzt kommt der Künstler. In Kunst hat er eine Eins, aber in allen anderen Fächern bringt er eher abstrakte Leistungen. Ach, was bin ich nur für ein Künstler. Neben Malen schreibt er aber auch gerne Fantasie-Geschichten. Und dann fragst du die Schnecke. Den Elefanten. Genau. Sehr fantasievolle Geschichten. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Und warum hat die auf dem Bild zwei Namen? Komm, wir zum Helfertypen. Er ist meist nicht der Beste in der Klasse. Kommt aber ganz gut mit. Ganz selbstverständlich lässt er Hausaufgaben abschreiben. Ey Mann, ich hab meine Hausaufgaben vergessen. Darf ich abschreiben? Ja, hier. Kein Problem. Danke. Und auch bei Arbeiten lässt er gerne mal einen Blick auf sein Arbeitsheft zu. Hey Shit, ich komm nicht weiter. Kann ich mal dir abschreiben? Ja, kein Problem. Oh, danke. Alles locker. Kommen wir zur schlimmsten Art von Schülern. Der Konkurrent. Die anderen Klassenkameraden sind nur Konkurrenten für ihn. Er hilft niemandem, nicht mal dem Verpeilten. Und lässt auch nicht abschreiben. Ey Mann, ich hab meine Hausaufgaben vergessen. Darf ich bei dir abschreiben? Nein, guck in dein eigenes Heft. Kann selber schreiben. Vielen Dank für gar nichts. Er freut sich sehr über gute Noten. Hier, ich hab eine Zwei. Verdient. Und freut sich aber noch mehr, wenn andere schlechter sind als er. Ha, und du hast eine Vier. Ha, ha. Ich wär viel, viel besser. Sich über schlechtere Noten von anderen freuen? Das geht gar nicht. Auf Wiedersehen.